Also, wir sind auf der Zielgeraden. Noch drei Wochen bis zur Fashion Show. Salut Mädels! Entschuldigt die Verspätung. Habe ich was verpasst? Keine Angst, wir fahren gerade erst an. Hallo, hallo, was ist denn? Deine Großmutter aus Marokko? Ich wollte schon immer mal die Pyramiden sehen. Ah, da sind hier die Girls! Nur Idioten heute Abend. Oh Mist. Mademoiselle, es gibt ein kleines Problem mit ihrer Aufenthaltsgenehmigung. Sie werden uns widerstandslos folgen. Oh nein, 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 ich gehe nirgendwo hin. Alex, ruf die Polizei. Hey, Pukarotas! Also lass mich irgendwo unterschreiben, ich muss heute noch zur Arbeit. Maya, immer noch nicht kapiert? Du wirst heute ausgewiesen. Verrschst mich doch. Morgen gehe ich zum Konsulat und dann nichts wie weg hier. Ist es so schlimm, seine Familie zu besuchen? Du hast wirklich den Charakter deines Vaters. Und du sein Schnurrbart. Ich habe keine Lust mehr, in diesem Scheißland die Beine zu brechen. Gibt es kein Taxi oder ein Bus? Nein, tut mir leid. Maya! Du Arschloch! Hey, hey, hey! Stellen Sie sich hinten an! Nein, ich bin VIP. Nach hinten! Oh bitte, Monsieur, geben Sie mir ein Visum! Raus hier! Hast du den Verstand verloren, oder was? Und du, Batman, hast du Robin verloren? Du bist uncool. Und du bist cool? Du scherst dich in Dreck um deine Familie. Ist was? Ich habe keinen Hunger, danke. Ist das nicht gut genug für dich? Alles, was dein Vater will, ist, dass es dir gut geht. Er zeigt es aber nicht. Ich muss einen Weg finden, zurückzukehren. Die Fashion-Shows sind zwei Wochen. Das Leben hier ist nicht so schlecht. Fährst du mit uns in die Wüste? Sie ist genauso schön wie Paris. Warum ich unbedingt nach Paris zurück will? Weil da mein Leben ist. Wir haben endlich eine Lösung gefunden, wie du nach Frankreich zurückkommst. Ach ja? Dreimal reiben und du kannst dir was wünschen. Na los, mach schon! Und du kannst dir was wünschen.